Es ist überall glatt, überall fällt Schnee und überall gibt es Probleme, fahren Sie also vorsichtig. Es staubt sich auf dem Ostwestfalendamm durch mehrere Glätteunfälle, deshalb sind die Auf- und Abwarten auch dicht, zum Beispiel in Quelle oder im Johannistal. Auf den Autobahnen der A2, der A33, der A44 geht aktuell auch nicht wirklich viel. Die Polizei warnt, drauf fahren lohnt nicht, da stehen sie nur im Stau. Und wir bekommen auch immer wieder Meldungen, dass Lkw mit dem Schnee nicht klarkommen und stecken geblieben sind. So passiert schon auf der Engerschen Straße in Höhe Schildesche Höhe, Mediamarkt und in Höhe der Vilsendorfer Straße. Dann steht auch ein Lkw auf der Jöllenbecker Straße in Höhe auf der Hufe. In der Innenstadt geht auch nicht viel aufgrund von liegen gebliebenen Autos und Bussen. Auch die Bergstraßen, wie zum Beispiel die Bodelschwingstraße, am besten meiden. Es ist viel los, also halten Sie durch, fahren Sie vorsichtig. Radio Bielefeld ist bei Ihnen. Jetzt mit Tom O'Dell.